Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen DAX am Mittag. Was muss man und darf man sagen zum deutschen Aktienindex? Ja, Chance vertan. Die Bullen können sich nicht durchsetzen. Nach der gestrigen EZB-Zinsentscheidung dominieren dann doch wieder die Verkäufe. Hat sich ja gestern schon vorher so ein bisschen abgezeichnet. Insgesamt ein wenig enttäuschend, auch mit Blick auf die Frage, können wir eventuell mal wieder einen neuen Trend sehen? Also auf eine etwas bessere Bewegung als die Schaukelbörse, die wir jetzt wirklich seit Mitte Mai haben. Es sieht danach aus, als bleibt uns die Schaukelbörse noch ein wenig erhalten. Vielleicht ja sogar mit einem Test der neuen oder der bisherigen Korrekturtiefs. Das schauen wir uns aber gleich genauer an. Bevor wir das können, gibt es wie immer den Risikohinweis. Das Video stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Und natürlich spiegelt dieses Video auch nur meine Meinung wider. Apropos Meinung, ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung zum deutschen Aktienindex und Co. unten in die Kommentare schreiben. Dann bin ich mal gespannt, wie ihr den DAX so in den nächsten Wochen seht. Und natürlich wie immer, wenn euch der Kanal gefällt, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ja klar, das freut mich natürlich auch immer ganz persönlich. Also von daher ein herzliches Dankeschön dafür. Und ich würde sagen, dann starten wir mal mit dem deutschen Aktienindex rein. Reden gar nicht um den heißen Brei herum. Man muss es ganz klar sagen, es war eine schwierige Entwicklung bzw. eine Enttäuschung, was die Bullen gestern abgeliefert haben. Wir haben heute dann auch noch recht neutral eröffnet und sind eigentlich seit Eröffnung, Handelseröffnung dann doch nochmal gefallen. Interessant ist, wenn wir jetzt mal auf die Marktbreite gehen, okay, da wird das Minus ganz klar bestätigt. Aber das Sentiment, da gab es heute erst ein Wechselbad der Gefühle. Dann aber jetzt zum Schluss sind die Bullen bzw. die privaten Trader doch mehrheitlich long unterwegs. Das heißt, da wird versucht, die aktuelle Abwärtsbewegung seit heute, seit Eröffnung, doch eher zu kaufen. Und das in doch relativ deutlichem Umfang. Also das Sentiment hat da stark ausgeschlagen. Ist kein gutes Zeichen, zumindest klassisch nicht. Kein gutes Zeichen ist auch in meinen Augen die Entwicklung, was wir im Rahmen oder im Vergleich mit den US-Indizes sehen. Der DAX war insgesamt schon nicht so gut unterwegs jetzt seit 27. Mai, aber er hat doch größtenteils zumindest mal oberhalb vom Dow Jones gelegen. Das hat sich jetzt geändert. Wir sind wirklich der schwächste Wert in dieser Periode. Und gerade heute ist es doch schon relativ schwierig, beziehungsweise auch schon gestern, ihr seht, da haben wir im DAX definitiv die schlechteren Karten gehabt. Die US-Indizes haben sich da besser gehalten. Relative Stärke ist sicherlich nicht die beste Ausgangsbasis, um da große Kaufwellen zu erwarten. In Kombination mit dem Sentiment, naja, darf man so seine Zweifel haben. Was haben wir auf der VDAX-New-Seite, also auf der Optionsseite? Wie sieht es da aus mit der impliziten Volatilität? In Anführungsstrichen als kleiner Angstmesser. Ihr seht es, auch da kommt der Markt so ein bisschen wieder hoch. Wir verteidigen hier so ein bisschen den Support um 13%. Und ja, das ist jetzt unbedingt nicht unbedingt als wirklich krasses Signal zu sehen oder ähnliches. Aber es ist auf alle Fälle auch kein Zeichen der Entspannung. Gehen wir mal in den Future rein, bevor wir uns dann dem DAX zuwenden. Warum? Weil wir hier eigentlich sehen, wie der Markt sehr gut in den gestrigen und vor, also in den letzten Tagen zwischen den Points of Control gependelt ist. Wir haben hier zunächst einmal den, ja, die gestrige, die gestrige Kehrtwende gesehen mit einem tiefen Schlusskurs. Dann heute eröffnet in diesen Preisbereichen, in diesen, ja, ich sag mal, ehemaligen Widerständen. Haben heute früh auch den Point of Control vom Future aus gestern, aus dem gestrigen Handel nicht überwinden können. Da sind wir ja in der Vorbörse direkt dran gescheitert. Dann nach unten durch, haben den Support gebrochen und sind jetzt mehr oder minder im zweiten Volumenbereich angekommen, in der sogenannten High-Volume-Node angekommen. Und da konsolidiert der DAX. Die privaten Trader gehen mehrheitlich long. Nur nach oben kommt der DAX nicht da in die Puschen, beziehungsweise der Future nicht in die Puschen. Das heißt, das ist nicht wirklich die beste Ausgangsbasis. Insgesamt, Schaukelbörse ist das große Thema. Hier ist der Future, das ist noch ein bisschen, sogar noch trendlastiger als im DAX selbst, durch Dividendenveränderungen etc. Aber hier sieht man, dass der Markt wirklich, naja, also das Spiel ist relativ simpel. Wir haben keine sauberen Bewegungen. Wir haben angefangen, hoch, tief, hoch gerissen, direkt runter auf den Tief. Das hat ein bisschen gedauert. Dann hier nochmal wieder auf so ein Hoch, hier wieder auf so ein Tief, dann hier wieder hoch. Also es werden ständig, das muss man einfach sagen, Ausbruchssignale generiert. Nur nach den Ausbrüchen kommt kein Anschluss. Man macht eine Kehrtwende. Und das macht man aktuell auch. Und da wäre es eigentlich ideal gewesen, aus dem heutigen Handel heraus, wenn der Deutsche Aktienindex, und das war ja meine Ausgangsbasis, wenn der Deutsche Aktienindex diesen Support halten kann und nach oben pushen kann. Das wäre ideal gewesen, um einen Anlauf aufs Allzeithoch zu starten. Gut, dann war natürlich relativ schnell klar, ab 9 Uhr, kurz nach 9 Uhr, als wir den Support aufgegeben haben, das wird wieder nichts. Und dann switcht man auf die bärische Seite und dann hat man das nächste Ziel vor Augen, nämlich den Bereich, den wir jetzt erreicht haben. Aber, und das ist das große Problem, und deswegen habe ich es hier mal angeführt, wir haben halt in den letzten Wochen immer diese Strukturen gesehen, dass wir die Hochs und Tiefs immer wieder direkt rausgenommen haben, so ein bisschen so ausweitenden Charakter hatten. Und das kann natürlich jetzt sehr, sehr gut bedeuten, dass wir eben, ja, komplett wieder auf und unter diese 18.400 Punkte zurückfallen. Das ist momentan das Risiko. Da bin ich mal gespannt, wie heute Nachmittag die US-Arbeitsmarktdaten ausfallen, ob der Markt sich davon beeindrucken lässt, vielleicht doch noch den Turnaround hinlegt. Aber von der reinen Struktur her gehe ich momentan eher von fallenden Notierungen in Richtung Korrekturtief aus. Schauen wir uns das Ganze auch nochmal im DAX an, also damit wir den Future ein wenig verlassen und dann in den Index gehen, den ihr wahrscheinlich eher im Fokus habt. Und da sieht man aber das gleiche Spiel. Auch hier sieht man es sogar noch deutlicher, was diese ausweitenden Geschichten angeht. Wir haben hier die Move nach oben. Na, jetzt habe ich es nicht gut hingekriegt. Wir haben hier den Move nach oben, haben dann hier den Move nach unten, dann wieder der Ausbruch auf Neues hoch. Da kommt nichts nach. Dann sitzt man ja quasi hier so ein bisschen seitwärts. Dann Ausbruch auf ein neues Tief. Das sieht nach einem bärischen Trend aus, aber Pustekuchen, dann sieht es nach einem bullischen Trend aus, auch nichts. Dann sieht es wieder nach bärisch aus. Dann hängt man sich wieder auf dem tiefen Niveau aus, mit bärisch und bullisch im Wechsel. Und genau das ist momentan so ein bisschen das Problem, in dem wir uns bewegen. Ich hoffe, das wird sehr deutlich, dieses Tauziehen. Und klassische Trendsignale, Ausbruchsignale, die funktionieren halt eben nicht. Und das ist in meinen Augen typisch Konsolidierung und Korrektur. Und das ist natürlich ein schwieriges Umfeld. Das heißt im Grunde tatsächlich oben Short, unten Long. Das ist so das beste Motto, was man haben kann. Irgendwann wird das Ganze enden. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, dass wir momentan wieder in dem Bereich drin sind und sagen, okay, da könnte es im deutschen Aktienindex eben in Richtung der Tiefs gehen. Zumindest muss ich ganz ehrlich sagen, vom Volumenprofil her, vom eigentlichen Verhalten, was ich erwarten würde, wenn dort größere Marktinteressen sind, die einen Trend etablieren wollen. Gerade auf der Long-Seite, das ist absolut enttäuschend gewesen. Gestern und auch heute. Jetzt ist die Short-Seite dran. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die sich mal ein bisschen besser durchsetzen kann, sodass wir dann hier quasi noch mal weitere Abgaben in Richtung Tief sehen und dann vielleicht auch mal in den nächsten Tagen sogar eine Beschleunigung gen Süden. Da wäre ich mal gespannt. Nichtsdestotrotz sind das momentan meine prognostischen Ansätze. Der heutige Abverkauf ist eher bärischer Natur. Wir haben im Bereich von 18.580 Punkten, 18.600 Punkten oder 18.580 tendenziell eine Widerstandszone, dann im Schlusskursbereich von gestern eine Widerstandszone. Also ja, da ist für gewisse Erholungen immer auch ein wenig Platz, aber man müsste sich hier schon dann nachhaltig auch durchsetzen. Idealerweise auch so eine kleine Bodenbildung bauen, damit man dann hier wieder in Richtung der Allzeithochst durchstarten kann. Ist nicht unmöglich, ist nicht unwahrscheinlich, gerade wenn wir auch noch mal die US-Arbeitsmarktdaten heute mit ins Spiel bringen wollen, dann kann ja noch mal Volatilität aufkommen und auch ein Turnaround aufkommen. Aber in Summe zum Stand jetzt wäre ich eher gerade was das größere Bild wieder leicht Short eingestellt. Jetzt Short gehen, das ist etwas, wo ich sage, okay, das wird mir auch schwer fallen. Da habe ich das Problem, ja, ich positioniere mich vielleicht in die richtige Richtung, aber zum einen, ihr seht es ja hier auch, ist da ein gewisser Unterstützungsbereich erreicht worden. Zum Zweiten, wohin mit dem Stopp? Das müsste im Zweifelsfall sogar relativ weit weg liegen, dann haben wir kein gutes CRV, selbst wenn ich dann eine Wahrscheinlichkeit habe, die etwas über 50% liegt, finde ich das nicht angenehm. Alternative ist, engen Stopp wählen und dann im Zweifelsfall ausgestoppt werden und auf höherem Niveau noch mal Short rein. Das finde ich tatsächlich ein wenig interessanter, das ist aber natürlich jetzt schwer mit irgendwelchen Zahlen zu untermauern, weil wer weiß, wo der DAX in einer Stunde steht oder ähnliches. Deswegen würde ich da so ein bisschen im Auge behalten, wie wir an den heutigen Volumenpunkten reagieren. Also es lohnt sich durchaus mal auch das Volumenprofil zu haben und zu nutzen. Hier sind wir momentan in dem Bereich mit einem gewissen Volumen unterwegs, ihr seht das und heute früh in der Eröffnungsphase war das ein Stückchen höher, da war das hier oben. Das sind so Zonen. Wenn wir bärisch bleiben wollen und bärisch bleiben, gibt es die zwei Möglichkeiten. Ich nehme das mal raus und mache das mal ein bisschen deutlicher, dass wir dann unterhalb von 18.540, 18.550 Punkten bleiben. Also das wäre dann wirklich Szenario 1. Wir bleiben bärisch und man hat hier die Möglichkeit eben dort seinen Stopp zu platzieren und zu sagen, also der Markt müsste dann da unterbleiben in Richtung dann der 18.350 Punkte. Variante 2 ist, dass der Markt hier ein Stückchen höher laufen kann. Dann sollten wir aber in dem Bereich der zweiten Volumenzone, was auch so ein bisschen dem Schlusskurs von vorgestern entspricht, da eher nach unten wieder abdrehen. Gleichzeitig, wenn man dort erst, also bis da oben hinkommt, muss man ein bisschen aufpassen auf diese Volumenzone hier unten, weil da könnte es dann so ein Tauziehen kommen. Wenn es zum Tauziehen kommt, ist Vorsicht geboten auf der Shortseite. Wenn der Markt direkt durchrauscht, ist das eher eine Bestätigung dafür, dass das Short-Sentiment der Shortdruck zugenommen hat. Das wäre so mein Rahmen. Insgesamt, ihr seht, bin ich tendenziell Short eingestellt, aber wir haben halt noch zwei Risikofaktoren. Das eine ist, zum einen natürlich die Arbeitsmarktdaten heute Nachmittag und das zweite ist eben, dass wir in dem kurzfristigen Zwing heute Intraday schon recht gut gelaufen sind, dass da auch eine gewisse Erholung zumindest möglich ist. Soweit dazu. Jetzt habe ich ein bisschen ausführlicher gesprochen, als ich sogar wollte. Nichtsdestotrotz, letzte Dachsammittag in dieser Woche. Ich drücke euch auf alle Fälle für heute auch noch die Daumen, wünsche euch da gute Trades, wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich natürlich, wenn ihr Montag wieder einschaltet. Zwingt